Hey ho und herzlich willkommen zu einem weiteren Pferdekauf-Video von mir. Ich stehe hier gerade in Verkwurf mit meinem lieben Flash, den ich mir gerade auch erst gekauft habe. Äh, huch, das war nicht geplant, sorry. Zur Info, ich nehme das Video gerade am 26.11. auf. Zu diesem Zeitpunkt ist noch die Rabattaktion für Churleys und American Quarter Horse, weshalb die Churleys bei mir 40% günstiger sind als normalerweise. Nur zur Info. Wenn dieses Video kommt, ist es wahrscheinlich, ist die, äh, ist die Rabattaktion wahrscheinlich schon etwas länger vorbei. So, ich hatte mir vor kurzem erst ein Churley gekauft, meine süße Coffee Bean. Da die Churleys aber jetzt wirklich Spott-Billys sind mit, ähm, 510 Star-Coins anstatt 850, wie viel sie sonst kosten, habe ich mich dazu entschlossen, dass ich mir jetzt noch ein Churley kaufen werde, weil günstiger kommt man halt wirklich nicht dran. Ich bin allerdings noch ein bisschen unentschlossen, ob ich mir jetzt den Fuchs hier hole, den Falbschecken oder dann doch hier den braunen Chicken, brauner Schecke, äh, Fuchschecke, keine Ahnung. Ähm, ja, hier Coffee Bean, die habe ich ja schon, den, äh, Dunkelfuchs mit der hellen Mähne, Coffee Bean. Der Apfel, der, der Graue hier gefällt mir eigentlich ganz, auch ganz gut. Ich habe aber in letzter Zeit schon so viele Graue gekauft und, ähm, der Palomino gefällt mir eigentlich auch mega gut und ich habe eigentlich relativ wenige Palominos im Stall. Ich glaube tatsächlich, ich werde mir den Palomino hier kaufen, weil ich so wenige Palominos im Stall habe. Also die sehen zwar alle mega hübsch aus, die Curleys, ich würde mir am liebsten alle direkt kaufen, aber das Pferd hier, was ich mir jetzt kaufe, wird das letzte Pferd sein, was in die, ähm, 200. Folge mit reinkommt. Ja, ich würde mir am liebsten mehrere davon kaufen jetzt, aber ich muss noch ein bisschen gucken wegen der 200. Folge, die kommt ja auch bald und ich habe da schon echt viele Pferde drin. Also mit dem hier bin ich jetzt bei, ja, guten 50 Pferden, die ich gekauft habe in der Zeit. Und das reicht definitiv. Ja, gut, dann werden wir uns jetzt mal den Palomino hier angucken. Ich muss mal gerade mein Schlaues Büchlein holen. So, das Schlaues Büchlein liegt bereit. Es ist gerade ein bisschen laut hier bei mir tatsächlich. Ich mache mal ein bisschen leiser. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie ist es laut. Äh, ja. Genau, das Chirly Horse kommt mit einem Rassebonus von Stärke plus 2, Disziplin plus 2, Geschwindigkeit plus 0, Ausdauer plus 3 und Agilität plus 1. Ist aber Level 6 kaufbar, kostet bei mir aktuell 510 Star Coins. Normalerweise kostet es 850 Star Coins. Ist wie gesagt gerade um 40% reduziert. So, das Chirly Horse ist ein Generations 3 Pferd. Kam 2019 das erste Mal rein. Kostet wie gesagt normalerweise 850 Star Coins. Gibt es in 7 Farben. 6 davon stehen hier in Firkhoff. Einer steht in der App. Der Rappe ist ab Level 6 kaufbar und hat eine besondere Gangart, nämlich den Curly Shuffle. Den gucken wir uns dann gleich mal an. So. Mit seinem markanten, wolligen Fell ist der Chirly kuschelig wie ein Teddybär. Doch unter seinem flauschigen Äußeren schlägt das tapfere Herz eines Grizzlies. Wenn du nach einem cleveren Begleiter mit freundlichem Wesen und außergewöhnlicher Ausdauer suchst, ist das Chirly die richtige Wahl. Aber woher kommt eigentlich das bemerkenswerte Fell des Chirlys? Was den Ursprung des Chirlys in Amerika anbetrifft, ist die Pferdewelt gespalten, sodass es unterschiedliche Rassenamen und Suchtbücher für Pferde mit ähnlichen Eigenschaften gibt. Manche glauben, dass das Chirly vom russischen Bashkirn abstammt, während andere Beweise dafür anführen, dass gelocktes Fell seit mindestens 200 Jahren in Mustangs des amerikanischen Mittleren Westens nachzuweisen ist. Zu Beginn der Anerkennung des Chirlys wurden auch andere Rasse mit in das Suchtbuch. Aufgenommen, wie zum Beispiel das Gangpferd Missouri Foxtrotter. Wo auch immer sein Ursprung liegt, sobald deine Finger durch das weiche, gekräuselte Haar fahren, wird dir klar, dass das Chirly Horse ein echtes Naturwunder ist. Aber das einzigartige Fell und die Krausemähne sind nicht nur ein Augenschmaus. Sein Haar ist auch Hypoallergen, sodass Chirly Horse auch von Reitern mit Pferdeallergien ohne Probleme geritten werden kann. Chirlys sind ruhig, fleißig und äußerst intelligent und stellen sowohl für neue Reiter als auch für ernsthafte Wettkämpfer ausgezeichnete Pferde dar. Sie sind echte Alleskönner mit bemerkenswerter Ausdauer und eignen sich bestens für Reiter, die eine Vielzahl von Disziplin sowohl der englischen als auch der western Reitweise bestreiten, wobei sie besonders beim Prailreiten hervorstechen. Während in der restlichen Welt nur wenige Chirlys Gangpferde sind, werden auf Jorvik alle Chirlys mit dieser außergewöhnlichen Eigenschaft geboren. Der Curly Shuffle ist eine unverkennbare Gangart, die sich perfekt dazu eignet, über Jorwigs viele Wanderwege zu spazieren. Ob du nur nach einem Gangpferd für deinen Ausritt oder nach einem hart arbeitenden Turnierpferd suchst, das keine Allergien auslöst, das gemütliche Chirly Horse wird deinen Stall in jedem Fall mit Freude erfüllen. Genau, der Curly Shuffle ist sowas wie der Tölt beim Isländer. So, Pferd kaufen. Ich habe auch natürlich schon einen Namen für die Süße. Die zählt nämlich noch zu den Pferden, die ich schon vorher mit Namen versehen habe in meinem wunderschönen Büchlein hier. Und zwar, ja, wir können schon mal bei S bleiben. Ja, ist es weiter unten? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Ist es nur da? Es wird sehr traurig, wenn es nicht mehr da ist. Ah, ne, hier. Sun. Und jetzt bitte zum M. Fanny wäre natürlich auch ein süßer Name, aber es kriegt ein anderes Pferd. Äh, ja. Magic, hier. Sun Magic, Sonnenmagie. Okay. Glückwunsch zu deinem neuen Pferd. Ich werde die Süße dann jetzt anziehen und dann sehen wir uns gleich für die Gangarten wieder. So, ich stehe hier jetzt bei Andi an der Sandgrube, Schafskoppel, was auch immer. Und ja, erstmal jetzt zum Aussehen beziehungsweise was die Süße anhat. Die Süße hat von mir das Franziskas schwarzes Zaunzeug anbekommen. Ich glaube, das konnte man kaufen. Kann man kaufen. Dann den schwarzen Klassik-Springsattel. Dazu die rosa Satteldecke von Rex Stumper aus Moorland und die Gamaschen dazu, die passenden. Dann die Schweifblume und die Mähnenblume aus Golden Hills. Eine schwarze Satteltasche, die gibt es im Global Shop, glaube ich, oder in Fort Pinta. Und ein feines Kaninchen, was auch aus Fort Pinta ist. So, das sind die Sachen, die unsere süße kleine Sunmagic anhat. Zur Farbe jetzt erstmal. Also ich bin... Moment, ich ziehe gerade die Gamaschen aus, dann kann man auf jeden Fall die Abzeichen besser sehen. Ich bin ja eigentlich eher so der Typ für dunkle Pferde mit heller Mähne oder halt auch graue Pferde. Ich bin allerdings auch ein Fan von Palomino. Nicht so ganz... Also nicht so stark wie jetzt grau und dunkel mit heller Mähne. Aber ich mag die Farbe sehr. Ich finde sie außergewöhnlich. Ich finde sie wirklich schön. Und wenn dann noch weiße Abzeichen dazukommen, dann bin ich hin und weg. Also ich mag die... Gerade beim Churly, die Farbe, die sie hat, mit den Abzeichen und der Blässe, finde ich einfach mega schön. Ja, ich mag es beim Churly sehr, dass es halt gelockt, eine gelockte Mähne hat, dass man hier auch wirklich schön die Fellstruktur sieht. Ich gehe mal in den Fotomodus, dann kann man das ein bisschen besser sehen. Hier. Star Stable hat halt versucht einzuzeichnen, wie lockig das Fell ist. Das finde ich sehr schön. Also die Churlys gefallen mir wirklich sehr gut. Sie hat ein bisschen eine faltige Nase, sieht so ein bisschen alt aus, wie so ein kleiner Elefant irgendwie so ein bisschen. Aber ich finde auch süß, dass sie... Das hier sieht so ein bisschen aus, als hätte sie Eiscreme gegessen. Als hätte sie die ganze Nase voll mit Erdbeer-Creme. Weißt du, wisst ihr? Mit Erdbeer-Eiscreme sieht das irgendwie so ein bisschen aus. Das ist eigentlich voll süß. Oh, guck mal, die hat da so ein kleines Herzchen an der Nase. Ach, das ist ja süß. So Kleinigkeiten gefallen mir halt auch. Ich mag das auch sehr, dass die Ohren hier zum Beispiel so gelockt sind. Und den Schopf, den mag ich auch sehr. Also ich finde es super schön, dass das Pferd so gelockt ist. Und dass man aber trotzdem halt auch noch die Muskeln und alles sieht. Also das Churly Hose ist halt wirklich sehr gelungen, meiner Meinung nach. Es hat sogar hier so ein paar kleine Härchen angedeutet. Ach, das ist ja auch süß. Ach, das ist süß. Und die Augen von ihr finde ich übrigens auch sehr schön. Ich glaube, wenn sie blaue Augen gehabt hätte, dann wäre sie schon direkt bei mir eingezogen. Aber so sind die auch wunderschön. Jutta. Diese Äuglein. Wunderschön. Oh, die Blässe gefällt mir aber auch. Das ist nicht so gerade, sondern hier hat es so ein paar Tröpfchen und hier ist es nicht so gerade. Das ist richtig schön. Ja, okay. Und ich gucke mal wieder in der Weltgeschichte rum. Ich sehe ein bisschen käsig aus. Aber vielleicht ist mir schlecht. Ich habe heute immerhin schon ein paar Pferde geritten und ein bisschen was gewechselt. Auch an Höhe und so. Okay, gut. Ja. So viel halt zur Farbe. Farblich gefallen mir die Churly Hose sehr gut. Also alle Farben. Durch die Bank weg finde ich super toll. Und weil sie halt gerade reduziert sind, finde ich, sollte man schon zuschlagen, wenn man sowieso schon nachdenkt, sich ein Churly zu holen. Okay, wenn ich das Video hochlade, dann ist es, ist die Dings, äh, ist die... Ist der Rabatt leider halt schon weg. Aber ich hatte ja bereits ein Video gebracht zu einem Churly Hose. Wegen dem Rabatt. Deswegen ist das jetzt nicht so tragisch. Aber ich liebe es. Ich finde es toll. Ich finde es super schön. Okay, dann zeige ich euch jetzt die Gangarten. Viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das waren die Gangarten des Churlys. Wir sehen uns dann gleich beim Friseur wieder. So, ich stehe mir jetzt beim Friseur. Erst einmal zur Standard-Mähne. Wie ich ja eben bereits gesagt hatte, ich finde es super schön, wie hier die Locken angedeutet sind, beziehungsweise gezeichnet sind in der Mähne. Das sieht super aus. Da sehe ich sogar davon ab, dass die Strähnen hier unten eigentlich zu dick sind, weil das einfach mega aussieht mit den Locken. Die Standard-Mähne ist beidseitig. Hat auf beiden Seiten Locken. Der Schopf finde ich, den Schopf an sich, nur die Form vom Schopf, finde ich eigentlich schrässlich. Aber durch die Locken sieht das gar nicht mal so schlimm aus. Das sieht halt einfach cool aus, durch die Locken. So, den Schweif, den Schweif finde ich persönlich, dafür, dass die Mähne so lockig ist, finde ich, hätten sie beim Schweif durchaus ein bisschen mehr Locken reinmachen können. Bis auf hier diese eine Strähne ist ja da nichts an Locken. Finde ich ein bisschen schade. So, dann haben wir ja hier diese kurze Mähne. Würde ich ihr persönlich nicht geben. Das macht sie sehr breit, sehr dick. Hm, nee. Würde ich nicht so geben. Finde ich nicht schön bei ihr. Die ist auch wieder beidseitig. Würde ich vielleicht einem Hengst geben. Ich finde es allerdings ein bisschen schade, dass hier auch keine Locken drin sind, weil dieses Gelockte dann halt einfach wieder verloren geht. Und, äh, na. Der Schweif ist eigentlich ganz okay. Wie gesagt, auch hier wünsche ich mir ein paar mehr Locken. Dann haben wir hier die Zöpfchen, wie man sie kennt. Finde ich persönlich überhaupt nicht schick bei ihr. Also ich finde sie ja generell nicht schick, aber finde ich, wenn man schon so eine außergewöhnliche Mähne hat, und so ein außergewöhnliches Pferd hat, dann sollte man vielleicht auch die außergewöhnliche Mähne halt lassen. Den Schweif finde ich sehr schmucklos. Finde ich nicht so toll. Dann haben wir noch hier diese Mähne. Die finde ich eigentlich ganz okay. Sieht ganz okay aus. Aber wie auch hier finde ich es wieder schade, dass da keine Locken drin sind. Weil das Chirly Horse nun mal eine gelockte Mähne hat. Und ich glaube kaum, dass irgendwer mit dem Kletteisen da dran geht und die Locken wegmacht. Also ich hoffe es zumindest, dass das keiner macht. Ich weiß ja nicht, wie das so ist. Den Schweif hier finde ich allerdings sehr hübsch. Der finde ich schön. Der hat so auch diese leichte Andeutung von Wellen. Und den Schweif wünsche ich mir ehrlich gesagt auch ein bisschen bei der Standard-Bähne. Nur mit ein bisschen mehr Wellen halt. So, dann haben wir noch diese hier. Hier sind die Locken wieder leicht angedeutet. Es sind wieder kleine Locken drin. Das finde ich schön. Für jemanden, der halt vielleicht nicht so ganz auf diese Lockenmähne steht. Warum er sich dann Chirly holt, verstehe ich dann allerdings nicht. Finde ich es eigentlich ganz okay. Das ist halt so ein bisschen angedeutet. Die Mähne ist nur einseitig. Den Shop finde ich ein bisschen schade, dass da halt einfach keine Locken drin sind. Den Schweif finde ich aber auch hier ganz in Ordnung. Den könnte ich mir zum Beispiel bei der Standard-Bähne auch ganz gut vorstellen. So, ich bleibe aber bei der Standard-Bähne, weil ich, wie gesagt, halt einfach finde, wenn man schon ein Pferd hat mit solch einer Mähne, dann sollte man das auch einfach lassen. Deswegen, ich lasse die Standard-Bähne. So. Mein Fazit zum Chirly Horse ist, ich finde die vom Aussehen her total knuffig. Haben sich super gelohnt vom Aussehen her. Finde ich einfach mega schön. Von den Gangarten kann ich mich nicht beschweren. Ich habe bereits ein Chirly ausgelevelt. Mein Night Shadow, den Rappen aus der App, der ist schon etwas länger ausgelevelt. Ich konnte mich nicht beschweren. Weder von den Animationen her irgendwie, noch dass er mir beim Reiten, also beim Ausleveln irgendwie zu lahm vorkam oder mich irgendwas gestört hat an den Animationen oder so. Es hat einfach gepasst. Also ich finde die Chirly Horse zum Knuddeln. Also es ist einfach hübsch. Ein tolles Pferd. Sowohl von den Gangarten als auch von den Fellfarben her einfach wow. Und für den regulären Preis von 850 Star Coins kann man definitiv nichts falsch machen, weil man auch noch eine spezielle Gangart dazu bekommt. Den Curly Shuffle, der halt schon sehr nach Tölt aussieht. Aber wie gesagt, die hat so schöne Beine, gell? Ich will ja gar nicht die Gamaschen anziehen, weil die so schöne Beine hat. Ich glaube, ich lasse die Gamaschen einfach aus. Bisschen Bandagen, das sind ja Bandagen. Also das Chirly ist wirklich ein Traumpferd meiner Meinung nach. Ich finde es sehr knuffig, sehr süß. Von den Farben her richtig schön. Von den Animationen her kann es sich sehen lassen. Auch die Mähne finde ich mega schön. Also das Chirly Horse kriegt von mir auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung, gerade weil es mit 850 Star Coins beziehungsweise gerade aktuell zur Rabattaktion mit 510 Star Coins einfach spottbillig ist. Aber auch die 850 Star Coins sind vollkommen gerechtfertigt für das Pferd meiner Meinung nach. Also wer was Süßes zum Knuddeln sucht, das gleichzeitig auch noch wunderschön von den Gangarten ist, bitteschön, das Chirly Horse. Ja. Das war's von mir. Sun Magic ist mein 90. Pferd auf McKenzie. Puhi. Ich habe eine ganze Menge Pferde gekauft. Sie ist mein drittes Chirly, was ich habe. Und ich freue mich darauf, sie ausleveln zu können. Aber vor ihr kommen noch ich glaube 15. 15 oder 16 Pferde kommen noch vor ihr, die ich erst ausleveln muss. Also ich denke mal so nächstes Jahr, im Februar, März, so rum, dürfte sie dann dran sein. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.